Die Grünen-Chefin Ricarda Lang will ein neues Wirtschaftssystem und damit will sie uns alle komplett ruinieren. Auf einer Wirtschaftskonferenz zeigte sie erneut, dass sie wirklich null Ahnung von Wirtschaft hat und blamierte sich bis auf die Knochen. In diesem Video zeige ich euch ein paar Ausschnitte aus dieser Konferenz und rede mal richtig Klartext dazu. Los geht's! Also immer wenn grüne Politiker eine Rede auf einer Wirtschaftskonferenz halten, dann ist eine Vollkatastrophe vorprogrammiert. Und wenn dann auch noch die grüne Chefin Ricarda Lang selbst redet, also die Frau, die in ihrem Leben noch nie in der richtigen Wirtschaft gearbeitet hat, dann wird das eine komplette Blamage. Und diesmal hat sie eine Rede vor Vertretern des Mittelstands auf einer Konferenz für Verantwortungseigentum gehalten. Und deswegen schauen wir uns mal ein paar Ausschnitte an und ich werde meinen richtigen Klartext dazu reden. Und was mir dabei immer wieder aufgefallen ist, ist, dass doch viele Menschen, wenn sie von Wirtschaft sprechen, ein abstraktes Konstrukt in Gedanken haben, das mit ihnen wenig zu tun hat. Also die grüne Parteichiffin selbst, die in ihrem rosa-roten Elfenbeinturm sitzt, die das Studium an zwei Universitäten erfolglos abgebrochen hat und noch nie in der realen Wirtschaft gearbeitet hat. Diese Frau sagt, dass die meisten Menschen keine Ahnung von Wirtschaft haben und nur über abstrakte Dinge reden. Also das ist nicht nur äußerst lächerlich, sondern auch eine große Beleidigung an der hart arbeitenden deutschen Bevölkerung. Weil im Gegensatz zu Ricarda Lang, die ja nur die völlig realitätsferne Politik kennt, arbeiten die meisten Menschen in der realen Welt und kennen sich eben sehr gut mit Wirtschaft aus. Vor allen Dingen, weil sie dort nämlich Leistung bringen müssen und ihr eigenes Geld erarbeiten müssen. Im Gegensatz zu Ricarda Lang, die nur wegen einem Listenplatz ihrer Partei im Bundestag sitzt und dort 10.000 Euro pro Monat vom Steuerzahler kassiert. Das ist unglaublich. Aber schauen wir uns mal den nächsten Ausschnitt an. Das heißt, es geht darum, dass wir ein Wirtschaftssystem kreieren, dass wir Wirtschaftspolitik so ausgestalten, dass dem Zweck, also Lebensmittel herstellen, Güter herstellen, das Leben einfacher zu machen, das Leben besser zu machen, ökologische Innovationen auf den Weg zu bringen, dass dieser Zweck im Zentrum unseres Wirtschaftssystems steht. Boah, also Ricarda Lang sagt hier allen Ernstes, dass man Wirtschaftspolitik so ausgestalten muss, dass den Bürgern das Leben einfacher gemacht wird. Wow, also da kann ich nur 100% zustimmen. Aber warum sagt sie genau das und ihre Grünen machen aber dann genau das Gegenteil? Die Grünen sind ja eine reine Verbotspartei und machen unser Leben nicht einfacher, sondern sie machen es überall schwieriger. Bestes Beispiel ist jetzt wieder dieses Behinderte-Heizungs-Gesetz. Dieses Gesetz macht es allen Deutschen sehr viel schwieriger, weil dadurch auf alle Deutsche zusätzlich tausende Euros an Kosten zukommen und die meisten nicht mal wissen, wie sie das überhaupt ansatzweise bezahlen sollen. Man sieht hier wirklich ganz deutlich, dass Ricarda Lang genau das Gegenteil von dem erzählt, was sie und ihre Partei immer machen und damit macht sie sich komplett lächerlich. Aber okay, schauen wir uns mal den dritten Ausschnitt an. Was wir ja gerade sehen, auch in diesem unfassbaren Krieg mit Wladimir Putin, ist, dass Wirtschaftspolitik auch eine Frage der Demokratie ist. Ich bin davon überzeugt, nur wenn wir unsere Wirtschaft verändern, wenn wir endlich verstehen, dass die Märkte der Zukunft klimaneutral sind, dass die Märkte der Zukunft digital sind, nur dann werden wir uns im internationalen Systemwettbewerb mit einem Silicon Valley-Turbokapitalismus, aber auch einem chinesischen Staatskapitalismus durchsetzen können. Nein, Frau Lang, Sie reden hier kompletten Schwachsinn. Die Märkte der Zukunft sind eben nicht klimaneutral. Den Märkten der Zukunft ist das Klima vollkommen egal. Schaut euch doch einfach nur mal das Wirtschaftswachstum der G20-Staaten an. Platz 1 Indien, Platz 2 China, Platz 3 Indonesien, Platz 4 Russland und so weiter und so fort. Und Deutschland mit seiner Klimaideologie ist auf dem letzten Platz und hat ein negatives Wirtschaftswachstum. Die Märkte der Zukunft spielen sich nur mal in Indien und in China an, weil die am meisten wachsen. Und genau diesen Ländern ist das Klima einfach vollkommen egal. Allein China baut zwei neue Kohlekraftwerke pro Woche. Nicht pro Jahr, sondern pro Woche. Und das, was unser neues tolles Heizungsgesetz an CO2 in sieben Jahren einspart, das haut China an CO2 an nur einem einzigen Tag raus. Und auch der Prinz von Saudi-Arabien hat gesagt, dass der ganze arabische Kontinent jetzt dank seiner vielen fossilen Rohstoffe Vollgas geben will und dass sie Europa überholen wollen. Und das begreifen unsere Grünen und Frau Lang einfach nicht. Die begreifen nicht, dass man für eine gute Wirtschaft viel Energie braucht. Und fast alle Staaten der Welt setzen einfach massiv auf fossile Energie, um ihre Wirtschaft zu pushen. Und genau deswegen werden die Märkte der Zukunft eben nicht klimaneutral sein. Einzig und allein Deutschland versucht wegen den Grünen klimaneutral zu sein und macht sich deswegen komplett selbst kaputt. Wir sind jetzt letzter bei den G20-Staaten und die kommenden Jahre werden noch schlimmer. Aber die Grünen ignorieren das einfach und reiten uns immer weiter in die Scheiße rein. Unglaublich, dass sie sowas auch noch vor öffentlicher Kamera sagt. Aber okay, kommen wir mal zum vierten Ausschnitt. Nur dann werden wir global andere Standards setzen können für eine soziale Wirtschaft, für eine ökologische Wirtschaft. Nein, Frau Lang, Sie reden schon wieder Schwachsinn. Deutschland wird eben keine neuen sozialen und ökologischen Standards setzen. Weil Standards bedeutet, dass sich ja auch irgendwer dann daran hält und daran orientiert. Aber Deutschland zeigt gerade par excellence, wie ein Land mit grüner Politik kaputt gemacht wird und komplett vor die Wand gefahren wird. Wir sind dadurch in der Rezession. Wir sind letzter unter allen G20-Staaten. Kein anderes Land der Welt wird sich daran auch nur ansatzweise ein Beispiel nehmen. Und wir werden schon gar nicht damit irgendwelche neuen Standards in der Welt schaffen. Standards setzt man nämlich nur, wenn man erfolgreich ist und nicht, wenn man komplett abschmiert, so wie es jetzt unserem Land passiert. Und jetzt, meine lieben Zuschauer, jetzt kommt der Höhepunkt. Schaut euch mal an, welches neue Wirtschaftssystem oder Betriebssystem, wie es Frau Lang nennt, sie am besten für unsere Zukunft hält. Also, was sich Frau Lang für unsere Zukunft wünscht. Am besten ist es natürlich, wenn das neue Betriebssystem auf die neuen Ideen trifft. Wenn dieses Betriebssystem angewendet wird, um Klimaschutz voranzubringen, um neue Mobilitätskonzepte auf den Weg zu bringen, um ein sozial gerechtes Wirtschaftssystem, um neue soziale Ideen auszuprobieren. Wow! Also, ich fasse mal zusammen. Das beste Wirtschaftssystem für Ricarda Lang beinhaltet drei Punkte. Klimaschutz voranbringen, neue Mobilitätskonzepte und soziale Gerechtigkeit fördern. Also, das ist das beste Wirtschaftssystem für Ricarda Lang, Chefin von den Grünen. Okay, können wir machen. Aber wovon sollen wir dann bitte schön leben? Von Luft und Liebe oder was? Frau Lang und die ganzen Grünen, die reden immer nur von Klimaschutz und von sozialer Gerechtigkeit und dabei blenden sie vollkommen aus, dass ein Unternehmen zuerst mal Geld verdienen muss. Ich meine, was soll ich denn meinen Mitarbeitern sagen? Hey Mitarbeiter, du hast gute Arbeit geleistet, aber du bekommst jetzt kein Geld von mir, weil mit deiner Arbeit bringen wir ja den Klimaschutz voran. Das sollte doch für dich schon Belohnung genug sein, oder? Also, das ist doch vollkommener Schwachsinn. Die Grünen labern immer nur über das Klima und über Sozialismus und wie man noch mehr umverteilen kann. Und zwar nicht nur Deutschland, sondern in der ganzen Welt. Die Grünen wollen einen neuen Sozialismus, die wollen eine Planwirtschaft, die wollen eine neue DDR. Aber sie ignorieren einfach komplett, dass ein Land und seine Wirtschaft so nicht funktionieren kann. Das gab es bereits schon mehrmals in der Geschichte, dafür gab es mehrere Anläufe und alle sind schiefgegangen. Ein Unternehmen muss zuallererst mal Geld verdienen und Gewinne erwirtschaften. Und dann können sie sich eventuell um Klimaschutz und um soziale Gerechtigkeit kümmern. Aber die Grünen, die machen mit ihrer Klimapolitik und ihrem Sozialgelaber wirklich alles kaputt und die sorgen dafür, dass die Firmen eben kein Geld mehr verdienen. Im Gegenteil, die Unternehmen in Deutschland gehen gerade reihenweise pleite oder sie verlassen einfach unser Land. Und nicht umsonst sind wir an einer Rezession und auf dem allerletzten Platz bei den G20-Staaten. Sogar alle unsere Nachbarn innerhalb der EU haben ein positives Wirtschaftswachstum dieses Jahr. Nur Deutschland hat ein negatives Wirtschaftswachstum und ist in einer Rezession. Und woran liegt das? Weil einfach unsere Ampel mit ihrer grünen Ideologie alles kaputt macht. Aber nicht nur die Ampel, sondern auch die linksgrüne Politik von Angela Merkel davor. Also zusammengefasst, eine grüne Chefin, die zwei Studien abgebrochen hat und noch nie in der realen Wirtschaft gearbeitet hat, die will jetzt Unternehmen erklären, wie Wirtschaft funktioniert. Und bei dieser Rede hat man wieder ganz genau gesehen, dass Frau Lang wirklich null Ahnung von Wirtschaft hat und jetzt wird es wirklich höchste Zeit, dass diese Frau in Deutschland nichts mehr zu melden hat und schnellstmöglich abgewählt wird.